Ich habe noch nie das Gulag gesehen, Freunde. Vielleicht muss ich gleich mal versuchen, da reinzukommen. Ich auch noch nicht. Ist das dann so eine Mini-Extra-Map oder was? Der ist mitten auf der Map. Also hier auf der Map einfach. Aber wie könnte ich die anderen sehen? Nee, aber du siehst, wo der Circle ist. Das ist einfach ein kleiner Mini-Circle. Ich will jetzt keine Panik machen, aber ich habe keine Waffe. Brauchst du da nicht. Brauche ich den West. Da? Ähm, da? Nee, eigentlich keine Ahnung wo. Wie geht es hier runter? Kann sein, dass bei mir einer genau drin ist im Building. Komm mal. Komplett außenrum. Extrem hier, oder? Ey, ohne Scheiß, wo sind die? Ich bin auf denen favoriert genommen. Ey, der müsste doch eigentlich in dem Building da drin sitzen, oder nicht? Ja, ich habe eine Nate. Ich könnte die reinschmettern, aber... Aber zusammen rein und pre-frag gehen. Nope. Ich glaube, der Typ ist ein Geist. Modini. Oh, M4. Yes. Das sieht so aus von mir. Ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen. No clue. Ich lege auf jeden Fall so die Sachen rum, aber... hä? Na, wir sind drei Leute bei uns gelandet. Wir sehen halt gar keine. Ich bin super weird. Alter, das ist echt... Merkwürdig hier. Was? Lief, Marcus? Ich bin ja in meiner Range, oder? Wir müssen zumindest noch einen von denen auch killen. Au! Irgendwo von hinten. Oben, oder? Ganz wenig. Ja, ich habe einen gesehen. Hinter dem Building, Mama. Nach links gelaufen. Lauf doch weiter nach links. Wie läuft's im Gulag? Er kommt erst bis... also in 10 Minuten erst. Marius und Gulag. Ach wie? Da muss man 10 Minuten warten, oder was? Ja, ja. Ja, und dann kommen alle gleichzeitig da rein. Ach so. Das ist ja weird. Aber solange kannst du trotzdem zugucken, deinen Mates. Oder musst du jetzt 10 Minuten auf so einen Wartescreen... Nee, nee. Oben, oder unten? Wo bist du von mir? In dem Building, glaub ich, ist irgendwo. Wo, oder unten? Unten, 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 unten. Außen. So. Genug Schabern. Ihr hättet mehr als einen gesehen, ne? Ich hättet nur den gesehen. Ich hab' nur den gesehen. Ich hab' drei Parashoots vom Land und hab' gesehen. Naja, also weil... Das war... 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 Amt. Doch. Toll. Super toll. Dammit, alter! Asazen! Giftet 15 Subs. Shit! Ja, danke an all die... Äh... Also, willkommen an all die Leute, die hier einen Sub bekommen haben. Holy Shit, Alter. Azazan, danke dir für 15. Krass. Damn. Danke dir. Danke, danke, danke. Leute, da müsst ihr aber mal ein paar Love-Emotes für den Azazan in den Chat hauen hier. Also 15 Sub-Gifts sind auf jeden Fall insane. Danke, Mann. Ja, ich hoffe, das hat auch ein paar gute Leute erwischt. Ich sehe auf jeden Fall hier 7, 8 und 6 Monate auch. Nice. Das Auto, wo ich jetzt drin bin, viel leiser. Kann das sein, wenn man auf dem Beifahrersitz ist, dass es lauter ist? Also es ist sehr viel leiser. Also zumindest auf den anderen Plätzen ist es gleich. Aua. Warum bricht der denn ab? Penner, ey. Haben die mir ernsthaft Headshot gegeben. Danke, 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 Mann. Vielen, vielen Dank. 100 Grad auf dem Rock. Und über die Straße läuft einer. Richtung Auto. Wenn es sich gepull-upt wird. Gegen Laterne gefahren. Ist ausgestiegen, hat gepennt. Gepull-upt. Ich bin ja Denglisch-Meister am Start hier. Was ist das denn? Ist das bei euch im Team? Ist das ein Team-Speak gewesen jetzt? Oder was? Ey, Leute, habt ihr das jetzt nicht gehört? Einer knockt der Mautu. Leute, habt ihr jetzt gerade nicht das Gewitter gehört? War das im Team-Speak? Ja. Okay. Ja, das war bei Mary irgendwie. Ich kann sagen, irgendwie hat es doch gewackelt mit dem Schreibtisch. Ach so. Ich dachte erst, das wäre im Game. Ich habe mich schon voll gewundert. Ich habe mich schon voll gewundert. Warte, warte, dass mein Handy wird denn vibriert mit dem Schreibtisch wackelt. Warte, 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 warte. Keine Ahnung. Oder die Aufmüll auf der südöstlichen Seite. Oh, ich brauche Goms. Mute ich mal bitte, Mary. Wir brauchen nichts mehr drin. Gut so. Ist da was in der Smoke? Ja. Jetzt können wir reden. Also können wir voll reden. Mary ist voll mit. In der Smoke. Ich nade die Smoke. Guck, all nade kommt. Ist nade. Nice. Über mir, ich verstehe über mir. Kommst du mit dir? Willkommen. Ich flash gleich über dich rüber, wenn du kurz die Lace. Oh, scheiße. Ich kann ihn nicht sehen. Der Kajic ist so weit oben. Was ist der? Hä? Oh nein, hier kommt was. King Carl, danke dir. Danke für den Support, King Carl. Danke dir. Danke, danke, danke. Hinter mir ist heute im Schlepptau. Ich kann leider nicht gut steuern, weil die Reifen im Arsch sind hier. Hey, Claude. Hey, Claude. Moinsinn. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche eigentlich nicht mehr Snipe spielen. Ich brauche nicht mehr. SLR? Wollen wir da zu Fuß hoch sanden? Ey, also auf jeden Fall in mir SLR. Passt eigentlich, oder? Jetzt habe ich nur kein Cheekpad, scheiße. In language. Einen hat er gemacht? Es ist German! Double-Sitter. Einen der geflasht. Leben immer noch zwei Teams. Da war ein neuer Helm. Oh, Schiss. Nicht fahren, denken wir zu. Oder da nicht vorbeifahren. Aber nicht denselben Weg jetzt fahren, wie wir laufen. Ja, ja. Leben immer noch zwei Teams. Ein bisschen schneller da sein, ey. Oh, Spieler vor mir. Ich glaube, ich bin außerhalb. Ich glaube, die Smogs sind, habe ich einen gefinisht. Einer ist unten, der wird am Baum. Mehrer bei mir. Da unten. Sollst du zu uns kommen? Wer ist? Heaven? Das ist noch eine kleine Ritz. Das ist noch eine 35. Minimum zwei. Close an das mal? Ja, dahinter ist noch so eine kleine Ritz. Der andere ist an der Ritz. Einfach aus dem Kopf aus dem Baum. Außer dem Kopf aus dem Baum. Leut mich grad auf und zu. Die sind auch wieder Schmockis. Hier ist in den Kopf und der Schenke laufen. Hier ist in den Kopf und der Schenke laufen. Boah, das ist eine Pflanze. Wo lande ich? Wo lande ich? Wo kannst? Wie hört der Dick gerade? Im Kompot nur. Außer bis alles frei. Nur im Kompot ist was. Okay. Maggern ist ein bisschen schlechter Weg. Da hinten diese ganzen Leichen haben wir auch noch voll viel, ne? Wir haben hier 7, 8 Leichen im Kompot. What the fuck? Ist ein schöner Zweierhelm, wenn einer von euch braucht. Unten. Ich hab eigentlich richtig sickes Loadout gefunden. Okay, Mark, laufen drei Leute. Noch welche? Weißt du? Genau, mein Mark. Guck mal, hier sind sogar zwei Autos. Geil. Wenn ich die Ridge hochlaufen, müsste ein Pultibon stehen. Oh shit. Ist doch wieder da. Wo ist das? Ah, da. Sind die auch noch am gelben Mark da? Ja, die sind rüber gelaufen. Also gelbe Mark ist clear. Ja. Ja, ich hab ein App geschaut. Oder? Wir müssen für Autos spielen. Wir haben 20 Sekunden. Hier unter. Hinter mir sind zwei Autos. Ja, gelbe sind die. Das Autos sind mitfahren. So, das ist wahr. Oh. Ja. Ich hab was. Ich hab was. Ich hab was raus, ne? Stuck, Fenger hat die Sterbe. Hier links ist gut. Warum fährst du nicht hier links raus? Hier zwischen dem roten. Das ist doch gut. Ich hab's gesagt. Stuck. Geht was? Du hast das mit der Bandage. Äh. Shut up. Bunch. Schrei. Hier auf Ruhe. Ihr könnt looten. Den Set Bre freeze auf, bin ein Shut-Dem Night. Ja, ihr könnt looten. Ihr könnt mich aber auch holen. Wenger, du musst in die Purs ain't. Du stirbst, du junger Mann. In die Purs ain't. Das war ein Scherz, was du und seid. Vor allen Dingen, ich kann ja auch lieber ne Bandage dann nehmen. Ne, ne. Also wie. Du musst, das mit der Bandage funktioniert nicht mehr. Du kannst immer First Aiden, Bandage hilft dir nicht. Wie? Hilft nicht mehr? Sicher? Kann es nicht, 100% nicht. Bei diesen Kleinzonen? Auch nicht. Okay. Diese Einigung abends. Kleines oder großes? Rechts. Großes. Jo, Mary war vorhin im Gulag. Wie viele Leute sind gleich sauer auf mich, wenn ich flippe? Zwei, okay. Das passt. Na, wenn du mit der Geschwindigkeit hier flippst, dann hast du eigentlich Applaus verdient. Boah, da gucke ich nicht hier aus. Ich kann ja nicht mehr rausgucken. Von der Smoke? Okay. Nichts machen. Oh, 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 oh. Pass auf. Das will nicht sterben. Im Haus am Markt mit Bluhtop einer drin. Hier rechts ist auch was. Und wenn die zwei abschießen. Auf der anderen Seite das kommt bei uns, Team. Ja, den hab ich. Den hab ich. Den hab ich. Eine Steppe noch hier bei mir. Hinterm Haus. Yo. Vor dir ist er. Ich mach einer. Wir haben nur den selben Spot. Ich hab ihn geflasht. Komm, geh nur hier raus, Mann. Ich hab ihn geflasht. Ich hab ihn geflasht. Ich hab ihn geflasht. Der war ernst. War das der? War das nicht der hier hinten? Oh Mann. Ich hab ihn geflasht. Jesus Christ. Ich hab ihn geflasht. 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 Es sah auch immer sehr witzig aus, wie ich den gerade überfahren hab. Ich dachte, ey. Am Stellen war ein Grillshot auf uns. Das ist der so plass, ja. Das auch. Ja, gönnen wir uns mal. Nates, shit. Nates. Und zwei Leute da saßen? Einer hat geschossen, aber da waren zwei Bikes drin. Wie kommen wir dann vorbei? Links. Er piekt links vom Stein. Ja, kriege. Da hat keiner Cheekpad mit. Ja, die schießen auf die. Ja, die schießen auf die. Zwei zu ex am Stein. Die pushen ihn. Ich hab den push verhindert. Er ist wieder zurück an seinen Stein. Die sind an beiden Steinen. Da sind jetzt drei Leute oder so bei grün am Stein. Da sind wir für den gefilternd am linken Stein. Ich will nicht darüber reden, was wir gerade sehen mussten. Akku leer? Ja, ja, Akku leer. Panik. Er ist jetzt am linken Stein. Ja, oh, Stein. Ach, die hab ich bekommen. Okay, wirklich. Alle dead? Ja. Geil. Oh. Versuch mich. Open field ist geil. Ja, wir liegen da einfach. Lol. Guck dir die an, ey. Okay. Genau, oder? Ich treff den trotzdem halt nicht. Ich bin second knock. Ich bin second knock. Kannst du mich holen? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ein Baum, ein Baum, ein Baum. Ah, ja. Warte. Sind die noch open field? Einer. Wir sind da einfach prone open field. Der eine ist aber knocked. Einer oder zwei. Einer knocked. Der eine ist irgendwie vorne entstanden. Oh, hier ist ein Drop. Auch. Gönne ich mir erstmal. Ja, der ist eingesmaugt. Oh, hier ist ein Drop. Der ist mit dieser Daumenbrun. Ich will jetzt erstmal den Drop haben. Wie die da einfach lagen. Der schießt ja jetzt auch nicht. Hinter mir. Im Westen. Knocken. Weiter. Sie waren aber auch nur knocked. Oh, scheiße. Kann mich einer mit dem Auto abholen? Ja. Da waren noch welche im Westen. Die sind auch nicht in der Zone. Die haben halt mich geschossen. Ja, ich bin ja nicht hier. Ich bin einfach hier. Ich bin zu tief rein. Ja, das sind alles drin. Komm in die Karte. Komm in die Karte. Anfalt ihr das? Ja, ich werde hier. Ich war einfach drin. Als Erste habe ich mich mit. Auch heute haben die Winne. Sie müssen zu mich. es gibt aber power hier ist ein auto drin ist ein auto drin ich bin gleich von der anderen seite an dem auto hat headshot bei grünen warum landet hier noch in diesem auto da schießt jemand von 150 für mich die müssen auch zu uns pushen ich hoffe die müssen mir vorbeipuschen ehrlich gesagt die richter ist es nicht aber die müssen doch an uns vorbei also an einem von uns müssen zu uns laufen auf geht's schon wieder win ein ja ja ja